ich glaube man hätte auch mehr Sniper einsetzen müssen also nicht so auf offene Fläche ein Busch hinsetzen obwohl das auch ein ziemlich nice try in der MGS habe ich viel zu viel benutzten wenn dann hey you guys dann... Habt ihr es gefunden? dann falle ich da hin Tja Bist du da nicht drin wo du bist? Ja Ich hasse dich, Coyle Es ist nichts die Mechana Ja Hallo? Wolltest du dich rausbringen? WTF? Ach man kann sich ja rein teleportieren Oh nice Oh nice Nice screw you Na Flamme des Glaubens kriege ich wieder aber Kings nicht Solange nicht alle da sind verschwinde ich dir nicht mehr Mana Selbst als alle da BEP 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 Was für ein Mana verschwenden Das ist da bevor der Zirko-Lübdi-DU ausgesprungen hat Zirko-Lübdi-DU Zirko-Lübdi-DU Das ist doch Witt-Format Ich muss da jetzt immer Witt sagen um den Werbevertrag einzureißen Obher das ein schwuler Werbevertrag Riesen kriegst du dafür? Toll about the monies Oh man kann ja nicht rausnehmen Oh Ich hätte die Gruppe verletzt Ich hätte WoW aufgeschlossen Aufgeschlossen? Geheschlossen Habe ich auch gesagt Nый aufgeschlossen hast du gesagt Neeh Ich habe es im Audio Format den ich mit dem Windows Media Player aprovechte Ha ha Hab ich 15 Excuse me Prince Bei den comments Wo kriegt man denn solche Werbeverträge her? Lololololololololololololille Gibt's die Seite schon? Die muss ich mir mal reservieren. Wahrscheinlich gibt's schon jede Seite mit Leuer. Ja, wahrscheinlich. 1000 mal Leuer, ne? Geht ja gar nicht so weit. Wo ist denn da die Grenze? Stimmt, bei 256. Oder 256 mal Leuer. Das ist die LOL-Kontroverse. Ja, LOL ist einfach schon so komprimiert. Da kannst du jetzt mal... Das ist die LOL-Konstante. LOL mal LOL ist immer eins. 3 mal LOL ist unendlich. Ja. Und 0 mal LOL ist, äh... Universum Tod. Ist wieder schlecht. Ist ja nicht Polen, sondern kein... Unser dritter Mann am Wagen nicht da ist. Unser fünftes... Fünftes Rad am Wagen, ne? Hä? Wie funktioniert... Wie kann das sein? Mein... Mein... Einer ist gelber weg. Ach komm, Scooby, du hast Halluzination. Ich hol mir was zu trinken. Ich schenke mir noch einen ein. Komm, Scooby, du hast Halluzination. Ich schenke mir dann mal... Einer ist doch... Hè... ... ... Bist... Der ist... Der ist halt toll. Ein gutes Bitterlemon. Was ist denn die, Herr Kohler? Noch jemand gegangen? Ne. Mein Kohler zählt. Der andere. Ich und die zwei. Jetzt hätte ich so schön meine Pizza essen können. Was ist Flammenwerfer, das Way to Go? Sind die ja stark, ne? Müssen nur ein Nagel noch angucken. Beim Sniper, das halte ich auch nur so echt bei Stellungskampen aus. Sturm, aber doch lieber eine MG an seiner Seite. Also, der Sturm Verteidigung. Es kann vielleicht sogar witzig sein, sich so einen Engineer gegen Infanterie zu holen. Und wenn man einen Punkt hat, dann ein paar Minen zu legen. Also, nicht so richtig Teppich, sondern hier so ein paar, hier so ein paar, hinter den Deckung gehen. Und voraus. Und dann die Deckung, das Ding aufgeben. Einer ist, falls man zurückgeschleudert wird. Zurückgeschleudert. Wollte ich nicht sagen. Falls man geworfen wird, sagt man. Das sind eklige Pflanzen. Die kommen nur auf die Idee, die mit einzuschleppen. Ich bohle mal den Einzelnen an. Juh, aber lasst ihn nicht zurückschleudern. Ahaha. Ahaha. Kann ja echt nicht so schwer sein, jetzt hier mal den Typen zu füllen. Ähm, ja. Ja. Was für seltsame Musik gibt es. Nee, ist ganz schlecht, wenn man einen Kräuter-Schnaps gekauft hat. Warum hast du denn einen Kräuter-Schnaps gekauft? Der sah so gut aus. Ein Blüter. Du bist ja schon wie Waldütt. Also, WoW hat bald so einen Modus, dass man mit einer 3D-Büro spielen kann? Ich hoffe, noch nicht. Was ist das für einfach? Ahaha. Ahaha. Wacoya wartet schon sehr lange auf dieses Feature. Ja, und wird dadurch immer sehr schwer getroffen. Also, wie glaubst du, wir haben irgendwann mal eine Chance? Gegen die Rüsten? Glaube noch nicht. Okay, danke. Weil das Spiel sieht mit der, ähm, mit der 3D-Brille von Bad Oehner sind ziemlich krass aus. Eigentlich nur ein bisschen dunkler. Übermorgen kommst du aber mit, oder? Zum, äh, Bundesverteiler? Ne, Quatsch. Kreisbründungssitzung. Ach, komm, whatever. Kann man da einfach so mit hin? Ja, klar. Das sind doch immer gerne gesehen. Das können wir. Na dann. Ja. Die hat übrigens mir einen zurückgeschrieben, die eine, äh, und meinte, ja, wegen Serverumzug ist es bestimmt verloren gegangen. Sogar verloren gegangen? Es ist verloren gegangen, die Antwort, ne? Und, äh, ich könnte mir nicht garantieren, dass das jetzt klappt. Deswegen sollte ich ihr meine Adresse geben, dass sie mir so ein schriftliches Formular zuschicken. Oh, du schick. Das dauert ja nochmal ein Jahr. Wenn, wenn meins verschickt wird, ändern die bestimmt die Adresse. Dann müssen wir vielleicht zu dritt, zu viert machen. Da kommt alles mit. Ich mein, jetzt die Inni. Jetzt zu dritt, wir sind mal, dann zu viert. Hey, wir kommen noch. Nee, halt zu dritt. Wo findet der Spaß eigentlich statt? In Stadtharn. In so einem Ding. Okay. Ich weiß nicht, die, die Dings, die weiß, wie das ist. Wo ist denn wenigstens unser dritter Mann? Vierter Mann. Er ist in Stadtharn. Warum? Ja, man kann sich auch raus telefonieren. Nein, kannst, kannst du im Moment nicht. Warum nicht? Weil wir in der Warteschlange sind. Sagtest du dann, nö? Richtig. Also du hast nicht die Funktion. Ich schon. Ich bin gerade raus teleportiert. Ja, freie, ob wieder rein teleportiert ist. Oder geht das? Da bin ich. Du weißt. Ich brauche nur ein Schnitz. Ich nehm auch wieder gerne. Ich brauche nur ein Schnitz. Aber das ist gut. Ich bin immer wieder. Ich brauche nur ein Schatz. Ich bin immer wieder da. Ich bin immer noch ein Schnitzel. Ich bin immer noch ein Schatz. Entschuldigung Du bist flamig, flamig, screwy Vor allem was du da jetzt so rumtippst Ich spiel nur mit der Leer Toaster Warum? Spielt ihr Verstecken? Der nicht fast kommt